Die neue Doku-Reihe im NDR Fernsehen. Jetzt war 50 Jahre alt der Taucher, der jetzt nach einem Tauchgang nicht vermisst ist. Jetzt müssen wir mal sehen, was wir da machen. Die Männer vom Rettungskreuzer aus Laboe starten die Suchaktion. Kann der Vermisste lebend gefunden werden? Die Sicht unter Wasser war dann fast null. Dann blieb nur noch das Suchen an der Oberfläche. Die Aussicht auf Erfolg, die wurde dann auch zunehmend geringer. Seenotretter, Mittwoch, 21 Uhr, NDR Fernsehen. Untertitelung des ZDF, 2020